Am Freitag, dem 16. Juni, findet in unserer Kirche erneut die Vertonung eines Stummfilmes statt. Es handelt sich um den UdSSR-Propagandafilm Panzerkreuzer Patronkin von Sergei Eisenstein. Die Vertonung passiert live. Es spielen vier Instrumentalisten. Ronald Bergmaier an verschiedenen Blasinstrumenten, Klaus Zalut an Perkussionsinstrumenten, Matthias Lackenberger an elektronischen und elektroakustischen Instrumenten und meine Wenigkeit an der Orgel. Mit bis 1925 noch nie dagewesenen filmischen und schnitttechnischen Mitteln versucht Eisenstein das Publikum auf eine intensive Weise zu fesseln und zu indoktrinieren. Vor dem Film findet eine Einführung statt, in der die Arbeitsweise Eisensteins und die propagandistische Herangehensweise näher beleuchtet werden. Wir freuen uns auf diesen spannenden Film- und Konzertabend, wo ein Kunstwerk mit höchst kontroversiellem Inhalt im Mittelpunkt steht. Auf Wiedersehen! Musik 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 Musik